Hallihallo, wieder willkommen bei mir, beim Denken Yoshi. Diesmal zurück in die Zukunft, Digipack, die Triologie, und zwar DVD, drei Disc-Versionen. Das war die erste, zurück in die Zukunft, die herausgekommen ist, wie gesagt in Digipack, von der ich mich auch trennen werde, weil ich ja zurück in die Zukunft schon auf BD habe in Digipack und mit der Platz ausgeht. Also ich kann die gar nicht so schön hinstellen, wie das manche hier so in den Kanälen machen. Deswegen muss die auch weichen. So, Digipack, also hier der Schuber, dann das Innenleben, so sieht es aus. Ups, alle drei Disc. Aber hier muss ich sagen, die DVD-Disc-Cowers sind schöner gestaltet als die von der BD. Also die von der BD finde ich jetzt nicht so toll. Da gefällt mir die hier besser, weil man sieht auch sozusagen die Poster, die es auch damals gab, also von diesen jeweiligen Teilen, das Poster, also sozusagen drunter halt. Ja, dann hier das Booklet, Infoblatt. Dann mit dieser Fehlermeldung, dass es ja ein Fehler drauf ist. Das ist ja auch vorhanden. Ja, von der werde ich mich auch trennen. Da habe ich auch schon, ich glaube, in meiner Liste gemacht, die ich schon mal rumgeschickt habe. Ich hoffe, euch gehe ich damit nicht auf den Keks. Aber ich will das nicht bei Ebay reinmachen. Das ist mir zu aufwendig, dann lieber ein Video. Jo, das war's eigentlich von Trudy in Zukunft. Die erste Auflage von der Triologie-Box. Bis später.